Ketogene Lunchbox für meinen Mann. Hier habe ich einmal Hackfleisch mit Zwiebeln und ein paar Pilzen. Das Ganze ist in Kokosöl angebraten und ich habe auch noch ein bisschen Butter dazu gegeben. Solange das hier abkühlt, brate ich nochmal zwei Eier in Kokosöl an. Hier kommt dann noch eine Packung griechischer Naturjoghurt dazu. Die packe ich jetzt aber nicht da drauf, weil das noch zu heiß ist. Dafür aber ein bisschen frischen Dill. Weiß halt nicht, wie eure Männer so sind, aber meiner ist definitiv kein Fan von Gemüse. Kriegt er aber trotzdem jedes Mal dazu. Oh mein Gott, bei grüner Paprika wäre ich aber auch raus. Keine Sorge, die mag er tatsächlich. That's it.